Hallo Filmfraggots und schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Filmradio. Ungefähr so geht es heute um den Granddaddy von allen, dem Superbowl der Superhelden. Es geht um den originalen Superman aus dem Jahr 1978. Das Filmradio mit Dante. Der Heimatplanet von Superman, Krypton, steht vor der Zerstörung. Der Ältestenrat ist allerdings anderer Meinung und verbietet jedem, den Planeten zu verlassen. Die Eltern von Superman wollen ihren Sohn allerdings retten und schicken ihn verbotenerweise mit einer Raumkapsel auf die jahrelange Reise zur Erde. Dort angekommen, lebt Superman bei einem Pharma-Ehepaar in Smallville. Schnell wird klar, der junge Mann hat richtig starke Superkräfte. Kurz Zeit später muss er die gegen den Bösewichten Lex Luthor einsetzen. Der will nämlich durch ein künstliches Erdbeben steinreich werden. Für mich als jemanden, der Superman zwar kennt, so wie jeder andere dieses Zeichen auf der Brust halt kennt, aber nicht die Geschichte hinter ihm war das wirklich richtig klasse. Denn gerade in der ersten Stunde erzählt der Film so toll die Vorgeschichte. Wo kommt Superman her? Wie wächst er auf? Was ist das eigentlich für ein Typ? Etc. Und ich nenne sie mal die zweite Hälfte des Films, ist dann eine Mischung aus witzigem Charme, für diese Zeit tolle Effekte und einer bis auf den Bösewichten richtig heilen Welt. Also schon gegenteilig von Christopher Nolans düsterem Realismus. Christopher Reeves spielt den Superman auch wirklich richtig gut, passt wie die Faust aufs Auge und der Soundtrack, ihr habt sie an der Einleitung gehört, ist ein echter Klassiker. Vieles wirkt heute sicherlich trashig, aber es funktioniert einfach im Gesamtkontext des Films. Ein Film, der wirklich den Weg der vielen Superheldenfilme geebnet hat. Jeder, der sich für dieses Genre interessiert, muss den Film eigentlich gesehen haben, von daher gibt es von mir auch wirklich eine dicke Empfehlung. Superman dauert 143 Minuten und ist auf IMDb mit 7,3 bewertet. Da gehe ich noch etwas höher und vergebe richtig gute 83 Punkte. Habt ihr den Film gesehen? Wie fandet ihr ihn denn? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Und was ist eigentlich euer Superheld? Also nachdem ich Superman gesehen habe, ist der bei mir schon ganz vorne in der Rangliste mit dabei. Wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Und bis dahin sage ich...